moin moin meine lieben freunde und herzlich willkommen bei mr mücken hier gta 5 und ich habe eine kleine info ein kleines info video für euch um 18 uhr 45 kommt ein video zu gta white city zwei parts komm raus und von circle ops so ähnlich wie counter strike und vielleicht auch noch minecraft pocket edition einer hunger game map oder ein multiplayer part oder wir spielen the wolf among us das ist ein tell-tale games wo man entscheidungen treffen und ihr dürft entscheiden wir sehen uns im nächsten part von mr mücken hier gta aus und also nächstes video wir sehen uns bis dann bis heute abend euer mr mückenjäger gta 5 und euch noch einen schönen tag